Die lobbygesteuerte Europapolitik hat über unseren Kopf hinweg entschieden. Die Glühbirne muss weg. Aber zu welchem Preis? Die Glühbirne ist auch in Ihren Nords. Diese Leute wissen nicht, dass sie mit dem Merkur arbeiten. Okay, ja, das habe ich jetzt verstanden. Da ist eine kleine Menge Merkur in it. Anything we can say, apart from that, nothing. Ja, und was wollen Sie jetzt von Ihren Kommentaren? Sie vergiften uns, Sie verkaufen uns und Sie nehmen uns unsere Stimme. Die Glühbirne war erst der Anfang. Also die Glühbirne ist ein kleiner Teil, aber ein Teil einer weiteren Politik, die uns hoffentlich hilft, das Klima wirklich erfolgreich zu bekämpfen. Der Wahnsinn geht weiter.